ja hallo da ist es auch so Papi Kommando ähm am beim letzten Mal ja hier glaube ich aufgehört ich bin grad nicht ganz sicher ja genau hier haben wir beim letzten Mal aufgehört da hab ich noch mal ziemlich aufs Maul gekriegt von denen da war da noch einer übrig gewesen oder wo der gesagt hat lass hier gehen dafür fassen wir noch auf unserem Klon Brüder Kommando Geisterschiff wir haben noch alle Waffen und wir haben ein bisschen Nachschub besorgt Troika ich hätte immer das heißt Troika dann gedanken 3 3 3 wir brauchen Unterstützung Föderationsmoide vernichtet Kling immer noch aufs Mull von mir Dammler, haltet sie auf Distanz! Detonator ist da! Ah, habe ich jetzt das Sturmgewehr von denen? Trando, Trando Gewehr, vorsichtig Ah, ne, kacke, das brauche ich noch nach! Der Kugel macht natürlich alles im Alleingang Der hier ist tot! Das da unten ist 07! Sie verhören ihn! Schwein! Erteilen wir diesen Exen eine Exe! Dieser Droide! Alles off! Platzieren Sie hier ein Sequenzer! Platziere Sprengsack! Alle Schaub! Locken Sie an! Exe terminiert! Junge, es geht doch da raus! Safe mischeltet die Zahl sofort ungesinnt! Automatische Sicherheitssysteme sind online! Aber dieser Terando hat die Steuerung zerstört! Wir können sie nicht abschalten! Guter Arbeiter, war mir ein Vergnügen! Ziel eliminieren! Ziel eliminieren! Oh! Oh! Ich muss nachladen! Objekt terminiert! Äh, jetzt müssen wir uns eigentlich hier! Bumbe! 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 ZUStand normal! Bumbe! Bumbe! unsere Lebensenergie ist wieder so beschissen, die ist nicht mal mehr messbar. Ack ist dies. So wie wir. Geben Sie uns mit dem Geschützdeckung. Bin der Beifer. 4-0 am Geschütz. Bestätiger Abschluss, Prandoshana. 4-0 am Geschützdeckung. Leise, Hacking-Programm sind mir leider zu langsam. Präziser Schuss, Sir. Danke. Zeigen Sie, was Sie können, Kommando. Ja, Sir. Alles klar, Sir. Prandoshana beseitigt. Headshots. Ich glaube, wenn ich es auf den Kasten geschossen hätte, oder was auch immer das sein sollte, wäre es ausgerüstet. Ich weiß leider schon, was passiert. Sie können mir aus, kann es losgehen. Diese dämlichen Echsen dachten, ich verrate Ihnen die Betriebsdaten des Schiffs. Beratet jetzt diese Echsen raus. Sie sind in Sicherheit. Gut. Ich muss noch ein... 0-0 am Boden. Ich brauche Ihnen nicht wie hin, bevor Sie die Schuppies in die Mangel nehmen. Das tut, das tut, das tut. 4-0 hat's erwischt. Hilf dir. 4-0 hat's erwischt. Sehr beliebt. Bin einsatzbereit Delta-Team. Unterstütze Delta 4-0. Delta 4-0 ist bereit. Gönnen Sie sich ein bisschen backdaten. Das kann man in den Pullenzug. Allein nochmal die volle Pullenzug. 4-0 wieder 100%. Oh man, dieses Bild. Lade nach. auch der Schlagse dann gefunden ein sie sich der dabei eine halte Stoff hier ein weiterer Reichen kommen Roger Recher genehmigen sie sich etwas dabei es gibt etwa 6 2 mich wieder gut hat kommt der letzte schuss ziel die palle das ist ausbruch geladen die position vorweg noch mehr schlavenhändler da Gegner beseitigt Gegner am Boden Oh oh, kriege ich da was aufs Maul Ja so fort also ich mit ihnen immer werfen drüben das ist ein sehr gut dabei ist so eine dumme Aktion Präzisionsschuss vorbereiten Delta allzeitbereitser und schießt die Safe-Norme Mp-Kumbo die Tramdos wissen dass wir 62 zu Hilfe kommen rechnen sie mit heftigem Widerstand bestätige Abschluss wir sind alle wieder angestangen ich gehe immer wieder nach hinten los und wird tolle Rettungsaktion Scharfschützenstellung einnehmen Kommando wir sind unterwegs dies ist ein Schwergebiet automatische Sicherheitssysteme sind online ich brauche irgendwer Kommando das ist ein Schwergebiet das ist auch in der Welt und dann können wir noch mal früh durchstehen das ist ja toll hören Sie mich? Ihre Heideide sind nur noch schwache Vitaldaten wir sind jetzt zum ersten Mal alle drei gestorben ich kann das wissen dass wir 6 2 zu Hilfe kommen Rechnen Sie mit heftigem Widerstand er hat euch den Minen nur geduckt holen Sie das Ding ohne uns zu töten wünscht mir Glück Position ändern Eltern dies ist ein Schwergebiet automatische Sicherheitssysteme sind online in der Witter von abgeschossen am Boden und hier haben wir freies Schussfeld bin unterwegs Boere deaktiviert so ein Team nicht verfügbar jetzt habe ich jetzt gerade so Janett hier schnallt die Tramlos wissen dass wir 6 2 zu Hilfe kommen Rechnen Sie mit heftigem Widerstand versuchen wir es mit Sprengstoff-Deltas platziere Mine dies ist ein Schwergebiet automatische Sicherheitssysteme sind online ziel eliminieren ziel eliminieren nächstes Mal hintertreffer Team Leader war mir ein Vergnügen schon klar ich hatte noch mal vor durchzustarten hier ist ich habe meine zeigen sie was sie können kommando nein wenn der da reinlöpft er ihn erweitert nehmen sie die Grenze mit er hat ich brauche in der Kommandantik ich bin doch zu uns tun oder voll die hessische Visage großartig geschossen bleibt eliminiert laut der Baupläne führt diese Tür zum Kontrollraum des Zellentraktes dies ist ein Schwergebiet automatische Sicherheitssysteme sind online die 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 normal wir waren da drüber nur noch nicht fertig, wir halten uns jetzt erstmal alle gönnen sie sich ein bisschen Bacta Delta hola Bacta 7 Kommand ich hätte schon mal so ein bisschen vor bis zu 5 Delta Team bei 100 Prozent war eine Lüge Kumpel die Entdeckung so, ich sag mal, vielen Dank fürs Zusehen, macht's gut, bis zum nächsten Mal und Ciao, Ciao